Bist du etwa? Hey, Katuzuki! Bist du etwa? Oh! Oh! Kat! Du Die werden uns überrennen, wir brauchen Hilfe. Druada, was pork-lum-off umf 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 um? Ist der auch von unserer Seite? Ich glaube schon. Ja. Oh, so viel zu können. Komm. Ja. Der Höhenlanggang ist offen. Okay, dann gehen wir doch da mal rein, oder? Du füllst deine Spezialangriffsleiste auf, indem du Feinde besiegst. Ist die Volldrücke X um meinen Spezialangriff auszukehren. Ja, das wissen wir. Am besten ist es am meisten so viele zu erwischen wie es nur geht. So. Da wollen wir mal da rein, oder? Klar, auf jeden Fall. Oh, oh, alter Schatz. Alter Schatz. Was ist da drin? Was ist da drin? Was? Oh, eine Bombe. Du hast die Bombe am halten. Wirf sie auf Gegner oder Sprengefelsen mit ihnen. Coole Sache. Drücke ZL. Okay. Äh, um Items einzusetzen. Zum Beispiel die Bombe. Äh, ja. Okay. Das machen wir nicht. Oh, ja. Da. Wir haben mal einen Anlass erwartet. Kommt direkt ein Beispiel. Damit kannst du die Person aus dem B räumen und zu Prinzessin Säler gelangen. Okay. Äh, oh. Da wirft ja auch sehr viele. Habe ich und endlich viele? Geil gesagt. Ich will das Spiel ja nicht verurteilen, aber sieht gut aus. Links sind echt schnell. Hey, Isu! Ja, die Magie-Krügen-Füllst du deine Magie-Leiste auf. Wenn sie voll ist, kannst du deine Magie-Fesseln. Coole Sache. Coole Sache. Ja. Spezialer. Super, Link. Ich muss auffassen, dass du mich nicht überfügelt. Das... Ja, denkst du... Ja, du bist beschädigt. Nee, das ist... Ja, ein... Neu-Nin. Sozusagen. Prinzessin Säler. Der Lied... 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 da klar habe ich sehr leid sie nun mit da die Prinzessin vorproximiert was sie sich aber sehr schnell du bist doch der Jünger von Übungsplatz ja da oh je, die Monsters zum Angriff zeigt diese Sätzen, wer die wahren Herren von Mario sind dann zeigen wir es doch der Prinzessin die Prinzessin Angriff oh da 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 so dann können wir gleich weiter ja, wir kommen direkt weiter ich weiß das mit der Magie oh den Festungskommandanten stimmt wenn man den also also fertig macht glaub ich wow wow oh mein Gott oh wie kippe ich ich band immer mehr eine Strategie für die weiteren Schatten während du die Festung eroberst ja, klar mach das mach das und ich mach die alle fertig ja oh oh ne oh 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 das sieht fällt oh ohje oh du verdrißt wir haben die feinde nach norden gedrängt jetzt brauchen wir die große fee gelingt der platz ist uns der sieg gewiss zur großen fee bei der quelle die schütte da gehe ich aber gleich hin wo sind wo ist denn zum beispiel einer da okay ich hoffe das hat noch zeit hier sieht das gleich besser aus wie ein ja gut danke danke für die komplette aber ich muss mit dem oh nein ja gleich was denn das kultur hallo Hallo? Ähm. Ja. Also, ich weiß es nicht.